Das CAPM, auch genannt aus dem Englischen Capital Asset Pricing Modell, ist ein Grundbestandteil der effizienten Markthypothese. Und auch wenn teilweise Teile davon widerlegt worden sind durch Behaviour Finance, wurde an seiner durchaus Grundgültigkeit nichts geändert. Und man kann dadurch bei Finanzprodukten, denen ihre Preise feststellen und zeigen, was man für das Risiko für eine Rendite bei einer Aktie oder bei einer Anleihe bekommen sollte. Das basiert auf einer mathematischen Formel, die auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen abschreckend erscheint, aber wirklich sehr, sehr einfach ist, wenn man es einmal verstanden hat. Auf Invest Research gibt es auch ein Tool dazu, wie man die theoretische Rendite nach dem CAPM berechnen kann. Wir sehen hier die Formel E gleich RI ist die erwartete Rendite und es gibt eigentlich nur drei Elemente. RF ist der risikolose Zinssatz, das wäre zum Beispiel die Rendite auf 10-jährige Staatsanleihen in Deutschland oder USA. Da kann man zum Beispiel 2% nehmen in den USA. Dann Beta, das ist die Korrelation mit dem Markt. Also eine Beta-Aktie zum Beispiel von 1,5 auf den DAX wird im Schnitt 1,5 mal so stark fallen oder steigen wie der Markt selber. Also je höher das Beta zum Markt, desto höher das Risiko. Das nennt man den Beta-Faktor. Dann kommt die erwartbarte Marktrendite zum Beispiel für Aktien. Da können wir zum Beispiel 7% nehmen. Dann können wir hier 2% abziehen. In dem Beispiel ist mit 1% gerechnet. Dann sind es 4-1%. Wenn 3% und wenn jetzt zum Beispiel die BMW-Aktie in Beta von 1,5 hätte, wäre die erwartbare Marktrendite beim risikolosen Zins von 1% und bei einer erwarteten Rendite auf DAX-Aktien von 4%. Das ist ein bisschen ein anderes Beispiel, als ich vorher gesagt habe. Das ist eher sehr, sehr konservativ gerechnet. Würden wir 1,5 mal 3 wären 4,5 plus die 1% wären 5,5%. Zu Beta habe ich auch noch ein anderes Video gemacht und ansonsten einfach auch Invest Research, das sich weiter durchlesen. Das CAPM ist eigentlich das sogenannte Ein-Faktor-Modell, weil halt nur das Beta zum Markt damit eingerechnet wird. Das wurde dann noch weiterentwickelt. Es gibt zum Beispiel das Drei-Faktoren-Modell von Pharma und French, wo auch aufgezeigt wird, dass gerade bei kleinen Aktien man eine höhere Rendite bekommt und auch bei Aktien, die eine niedrige Bewertung haben. Das wurde dann noch mit eingerechnet. Dann konnte man noch viel besser die erwartbare Rendite von einem Wertpapier rechnen. Wir sehen, bis zu 90% konnte man allein schon Bewertung, Größe der Aktie, also Marktkapitalisierung und dem Beta erklären in der Vergangenheit. Also deutlich besser als das CAPM von 70%. Und es wurde sogar noch weiterentwickelt durch CARH, durch das Vier-Faktor-Modell, wo auch noch das Momentum mit einbezogen ist. Das, finde ich, hat aber für Investoren eine ganz große Bedeutung. Man kann halt von den Daten durchaus sehen, wenn man darauf achtet, dass man höhere Beta-Aktien nimmt, eher kleinere Aktien und Aktien, die unterbewertet sind, sowie einen positiven Trend, also Chartverlauf haben, dann sollte man, und das ist wissenschaftlich bewiesen, das sagen auch die Jünger der effizienten Märkte, sollte man eine höhere Rendite erzielen und kann auch so den Markt schlagen, wozu natürlich dann auch das Stockpicking dazukommt. Aber allein dadurch, dass man auf diese Faktoren achtet, sollte man einen normalen Aktienindes langfristig schlagen, wo halt vor allem große Aktien sind, wo auch überbewehrte Aktien drin sind und wo auch Aktien mit einem niedrigen Beta drin sind. Sonst schaut euch einfach mal das Tool auf dem verlinkten Invest Research Webseite an.